Du würdest Ibilis Lienz solo mit der M machen? Ja klar. Warum nicht? Das ist mein Ibilis Lienz Schar. Ey jetzt bitte raubt mir nicht die Illusion, dass es nicht geht oder nicht schaffbar ist. Ist doch smart oder nicht? Kriegst ein Zehner, wenn du packst. Ey, auf dein Wort. Auf dein Wort. Okay. Ibilis Lienz. Oh, ich bin gleich drin. Mein Gott. Okay. So Run Speed brauche ich auf jeden Fall. So erstmal safe durchbuffen nochmal. Flachplan. Habe ich irgendwelche Zuckerwatte? Irgendwas mit Magiebeschleunigung? Nice nehme ich mit. So. Das hier. Das hier. Voller MP erstmal hier wieder. Voller MP. So. Voller Velo. Und das hier. Ausweichen nehmen wir auch mit rein, weil ich hab's halt. Decks, ja keine Ahnung. Okay. Ich hab ja noch Restroids, ne? Falls irgendwas erstmal ich irgendwie mich anlernen muss. Die Kontrastverhältnisse sieht er hier ekelhaft. Okay, durch geht's. Oh. Der ist mal raus. Perfekt. Moonbeam geht ja überhaupt gar nicht. Ja, warum geht denn Moonbeam nicht? Das ist ja richtig ekelhaft. Bringt ja gar nichts, was ich hier mache mit meinem Moonbeam-Bild. Das ist ja richtig räudig. Oh nein. Wozu habe ich mir denn diesen Stick gegönnt, wenn nicht mal Moonbeam hier geht? Da muss ich ja absolut an mir arbeiten. Oh, so ist erstmal easy peasy, ne? Wenn Moonbeam wenigstens gehen würde. Der HC geht auch nicht? Was ist das denn? Weil das ist ja der vollkommen falsche Charakter, den ich mir hier hochgezogen habe dafür. Digga, hätte ich das gewusst, ne? Das ist der richtige Schwachsinn. Der ist... Warum bringt der HC und Moonbeam nix? Was ist das? Und dann soll das so ein Dungeon am besten sein, wo du so... Groupplay, ne? So mit einer Gruppe, so mit einem RM oder FS zum Beispiel, der Moonbeam hat, ne? Weil es ja richtig Sinn macht, Groupplay. Na gut, ich kriege ihn auch so tot. Dann kann ich ja meinen fucking Stick wieder verkaufen mit Moonbeam. Ja, das ist ja wirklich richtiger Schwachsinn, oder? Chat. Also... Wozu haben sie denn den Skill, wenn man den nicht mal benutzen kann? Wo ist denn das Problem, Moonbeam zu benutzen? Verstehe ich nicht. Oh, auf. Das HC und Moonbeam nicht funktioniert, ne? Absolut lame. Ich bin Full Puppet, was heißt Full Puppet? Spoiler, das Ding Full Puppet, ja. Du, Zeit habe ich mitgebracht, so ist es nicht. Aber ey, das, also, das mit Moonbeam, das ist ja gar nicht hier funktioniert, spiegert ja schon ein bisschen. Mich schätze, weil mein Plan war halt voll aufgebaut, ne? Schön Moonbeam, äh, reinknallen, bisschen umher rennen. So, äh, der Plan ist ja mal gar nicht aufgegangen. Oder nicht mal ansatzweise. Verstehe ich aber auch nicht, warum. Ja, Maga. Ja, Maga. Erkenntnis ist halt manchmal schwierig, ne? So, sagen, okay, doch, jemand anderes ist denn doch krass. Ja, Maga, ich weiß nicht, was du hier gemacht hast, ne? Einfach 10er verloren. Na, noch habe ich nicht besiegt, aber... Rein theoretisch dürfte ich hier nicht wieder Fehler machen, dass, äh... Ich besiege, aber ey, das kotzt mich richtig an, ne? Mit Moonbeam. Kommt die Wiederschulde, 7-10er, ja, true, true. Wo sind die zwei Ägypte-Subs? Nein, alles gut, Maga, brauchst du nicht. Ich weiß, wenn es für Kipp nicht reicht, dann ist es halt schwierig, ne? Ha! 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 Irgendwie, das war's Shit. Ja! Ach, komm, wir machen hier, Alter, was soll's. Ab Cutdown einfach, damit es schneller geht, das ist ja richtig... Richtig langweilig. Also... Bro... Kann hier auch noch... 2 N plus 3 Ringe reinhauen. Ego, jetzt habe ich nur einen drin, egal. Also, wo ist das Problem, dass... Warum hier HC und Moonbeam nicht geht, ne? Verstehe ich irgendwie nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Da und zack. Also, ich weiß nicht, wie man es hier nicht schaffen kann, Maga. Ist halt immer absolut langweilig. Lies einfach, dass Moonbeam geht, ne? Dann wäre ich jetzt schon dreimal durch. Ja, und ich hole mir so einen Hiss-Stick mit Moonbeam-Schaden, weil ich dachte, yo, total smart wie Evil des Liennes. Geht schneller, solider. Ist es bei CW und Meteo auch, dass Moonbeam nicht geht? Aber da geht doch HC auch, oder nicht? Bei dem geht ja gar nichts. Was soll das? Was für Group Play, wenn von dem Support, von der Supporter-Klasse für Group Play die ganzen Skills nicht funktionieren? Also, jetzt mal. Verstehe ich nicht. Weil das Angst haben, dass Klassen das Solo machen können. Okay, wir müssen auch Psy-Keeper und Elementor alle Skills verbieten. Und vom Ranger auch. Äh, also, hä? Jetzt nicht so, dass ich die 5 Minuten nicht habe hierfür, ne? Aber ich habe sie mir irgendwie viel, viel cooler vorgestellt. TBH. Den scheiß Stick hier wieder verkaufen. Rage Save. Ja, leibt und lebt. Absolut easy, ne? Absolut easy. Die ganze Angelegenheit. Kannst du gleich mal bitte deine... Ja klar, aber für sowas brauchst du nicht mal Ausrüstung. Dann könnte ich die auch nackig machen. Schon allein nur für den Flex. Du brauchst halt wirklich nur... Run-Speed ist halt so das Wichtigste, ne? Run-Speed und Flash-Cast-Time, dass... Falls in einem ungünstigen Moment, wo du jetzt gerade den... Aue machst, dass wenn er denn um dich rum... halt seine Attacke macht, dass du halt dann einfach rauskommst, ne? Das ist das Einzige, was man hier wirklich beachten muss. Dass du einfach rauskommst. Na ne? Dass du hier einfach rauslaufen kannst. Deswegen ist vielleicht Scroll auf Velo nicht verkehrt und halt... Cast-Time natürlich auch. Sonst... halt umso besser dein Equipment ist, umso mehr Schaden du machst, umso schneller geht's halt einfach. Gut. Hast ja 60 Minuten Zeit. Hoffentlich droppt er wenigstens was. Wäre schon nice. Ja! Haia! Für die Enttäuschung von Moonbeam. Wäre so ein Drop schon ganz cool. Was man halt dazu sagen muss, ich habe natürlich noch das 10% CS-Speed-Set, ne? Also das ist halt... Und? Ja, jetzt ist er nicht mehr im AOE drin, ne? Haia! So! Was? 1000 Jagdpunkte für einen Kill? Wow! Ah, was gedroppt. Wäre ein roter Beam, ne? Also... nichts... Wahrscheinlich. Ah, es suit... Naja, gut. Aber waffentechnisch wäre ein roter Beam gewesen, ne? Witzig mal. 1000 Quest-Attempts, die man nicht braucht. Ja! Das war's! Okay. Easy peasy. Easy peasy. Mal ja. Easy peasy. Mh! 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 Wird hier wieder rauslaufen. Mh! Nur Crap! Ja gut. Ja! Dann warten wir wohl mal wieder einen Tag oder so. Keine Ahnung. Es wird morgen nicht mehr von einem Mann.